Hallo Shiny Anters! Heute öffnen wir die Pikachu V-Box von Glänzendes Schicksal und alle 5 Mini-Tins. Auf guten Pool würde ich sagen. Wir fangen mit den Mini-Tins erstmal an. Kommt die Box erstmal beiseite. Fangen wir mit dem guten Mann Nafima an. So. Wie rum ist der Code? Eine schöne Münze. Na. Einmalhin eine Grurak-Box. So. Kleptifox, Evoli, Kamerps, Tosca, Cotoni, die Reverse ist rostiger Schild und die Rare ist Befehl vom Boss. Wo Glurak drauf ist, ist aber bestimmt kein Glurak drin. Genau. Kamerps, Cotoni, Evoli, Moopeko, Kleptifox, Luxtra, Reverse Rare und Manaffe. Das ist Rare. Schade. Der Befehl vom Boss war ja Rare. So. Fangen wir mit dem guten Kyoko weiter. Alter. Na komm schon. Alter Filter. Wer vielleicht vorher aufmachen soll. Ja ok. Ist überall die gleiche Minze drin. Kill Bear. Die Karte. Da. 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 Nun, Nun, Seeper, Klebtifux, Evoli, Kameabs, Vulcanian Reverse, Rare, und Kameim, Rare. Bis jetzt enttäuschend, die Minipins, da waren die Pinboxen richtig gut, also wer sie zur UVP kriegen kann, das kann auch nur Zufall gewesen sein, also bei mir war in jeder Box ein Pull, war schon richtig gut. Kotoni, Kupfanti, Vivarac, Kameabs, oh nein, Smogon Reverse und Smogmog, Holorea. Kann ja aber auch nur Zufall gewesen sein, dass ich halt die guten Boxen erwischt habe, sagen wir mal. Zelle B. Janma, Knackleon, Chimpep, Shinox, Smogon, oh jawohl, Shiny Toxel, geil. Und Karl Malm, Rare. Ok. Immerhin. Immerhin. Oh, ich habe hier noch ein Pack, ich dachte schon, machen wir den gleich auf. Cotoni, Tosca, Smogon, Nochmal Cotoni und Shiny Zick Zacks und Holo Luxra, sauber, okay, die Minuten waren top, auf jeden Fall gelohnt. Jetzt ist er dran, auch zwei Puls in zwei Packs wäre nice. Okay, Paisern Packs. Kameabs, Tosca, Cotoni, Smogon. Mal Beko, Mal Beko Reverse. Und Gaunux Holo. Oh oh, da schimmert irgendwas durch Jungs. Und Mädels. Oh shit. Wenn man das immer sieht, dann wird man ein bisschen nervös. Mal Beko. Klon Cat Shiny. Und Balduin. Voller Trainer, sauber. Hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Habe ich noch nicht. Okay, kann so weitergehen. Das ist die letzte Minute, die Minuten. Boah, da steht an der Gute. So, fangen wir mit dem obersten an. Ja. Die haben alle irgendwie so einen Knick. Das war aber nur die erste Kante. Bauts, Knackleon, Smogon, Shinox, Forschung des Professors als Reverse und Forschung des Professors So, das ist rarer. Okay. So, let's inspection the Minitins. Dann reißen wir gleich die Pikachu Box auf. Opeco. Bauts. Sepia. Senanam. Evoli. Sepia Reverse. Und Saru de Rea. Gut. Also nicht so berauschend. Aber dafür hier vielleicht. Bin mal gespannt. Na, kommt schon. Na, kommt schon. Die Kotzballte ich selber. Pikachu V. Die. Sehr schöne Karte. Bisschen alles nach rechts gezogen, aber okidoki. Einmal die XL Karte. Und vier Booster Packs. So. Kleptifox. Morpeco. Bauts. Viverrack. Seepia. So. So. Kleptifox. Nein. Alapantimos. Als Shiny. Sauber. Und Forschung des Professors. Da waren wieder die Daumen zu gierig. Bix. 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 Back. D. Ohh. Z-Rare. D-Rare. Das ist ein Tonis, 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 Smogon, Montpeco, Yanmar, Zeper, Vulcanian Reverse Rare Und die Rare ist Luxstar, schon wieder Last Pack, der gute Glurak Ich habe ihn im Weg des Scams nie gezogen außer Online zweimal Leider Smogon Pamelin Knackleon Bautz, Kleptifux Und Legios als Baby Shiny Und Godrom Rare Habe ich schon gezogen, aber das irgendwie denselben, schaut sich mal das an, ja Witz Na ja Gut So viele Pulse hatten wir nicht, wie erhofft Aber in ein paar Baby Shinies, 4 Stück, 5 Stück 5 Baby Shinies Ein Full Out Trainer Ja Jo Ein paar Holos So, danke fürs Zusehen Wenn ihr weiteres Video sehen wollt, wisst ihr auch schon Bescheid, ne? Ja Pia Pia 合 zas Pia 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 Untertitelung des ZDF, 2020